... nicht bei hatte. Und dann hat nur noch, nee, die muss weg. Menschen nehmen, scheißegal. Taten von unvorstellbarer Grausamkeit. Die Opfer meist ohne Chance, den perversen Verbrechern zu entkommen. Bruchteilen von Sekunden. Dachte ich, jetzt stell dich tot. Vielleicht hast du damit eine Chance, die ganze Sache zu überleben. Profiler erhoffen sich Antworten auf das Warum. Sie versuchen, in die Seelen der Serienmörder zu blicken, bemühen sich zu begreifen, was sich hinter deren Fassade verbirgt. So etwas wie eine teuflische Maske war jeden Mitgefühls, einfach nur zynisch, menschenverachtend. Da hat sich tatsächlich ein Abgrund aufgetan. Und ich hatte das Gefühl, das ist das Böse. Sind solche Menschen therapierbar, die andere auf diese Weise hinrichten? Werden sie jemals wieder fähig sein, unter uns zu leben? Ohne Risiko? Es ist eine sehr naive Vorstellung, wenn man glaubt, dass Serienmörder therapierbar sind. Sie sind in aller Regel nicht zu behandeln. Wenn ein Mensch bewusst und willentlich das Leben oder mehrere Leben eines Menschen genommen hat, dann hat er das Recht verwirkt, jemals wieder an diesem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Stuttgart, November 1991. Die junge Studentin Susanne W. ist auf dem Weg von der Universität nach Hause. Sie nimmt ihre gewohnte Route am Wald entlang, als es passiert. Noch nie hat sie diesen Mann gesehen, der sie da unerbittlich attackiert zu Boden reißt, der versucht, sie zu vergewaltigen. Er wirkt sie mit beiden Händen, verletzt sie mit dem Messer. Doch die junge Frau kann sich befreien, entkommt ihrem Angreifer. Was sie damals nicht weiß, der Mann ist ein Sexsadist. Die grausame Tat, sie war nur der Anfang seiner Serie im Stuttgarter Raum. Wir hatten innerhalb von knapp zwei Jahren drei versuchte Vergewaltigungen in einem bestimmten Stadtteil von Stuttgart, in einem Waldgebiet. Es war immer dasselbe Waldgebiet, es war am Rande von einem Industriegebiet. Es war immer das gleiche Vorgehen. Es ging immer gegen Frauen, egal wie alt die Frauen waren. Und es wurde immer brutal vorgegangen. Der Täter hat immer ein Messer eingesetzt. Die Frauen wurden verletzt, wurden immer im Gesicht verletzt, beziehungsweise am Hals verletzt. Und es wurde immer mit dem Tode gedroht. Haltern in Nordrhein-Westfalen. Der Täter hat sein Jagdrevier verlagert. Die Polizeibeamten wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es sich um den Mann aus Stuttgart handelt. Sie suchen nach Uta M. Die 24-jährige Studentin ist seit fünf Tagen verschwunden. Mitten im Wald findet die Polizei ihr Fahrrad, ihren Rucksack und weitere persönliche Gegenstände. Man hat sie nach einigen Tagen verscharrt in einem Waldgebiet gefunden. Und bei der Obduktion hat sich dann eben auch herausgestellt, dass die Frau sexuell missbraucht wurde, dass sie mit einem Messer getötet wurde und auch gewürgt wurde. Schon Stunden zuvor hielt sich der Mörder am Tatort auf, suchte nach einem geeigneten Opfer, wartete auf den passenden Moment. Einer Zeugin war der Mann aufgefallen, wegen seiner markanten Tattoos. Der Mann hat ja mit zwei weiteren Männern auf einem Campingplatz in der Nähe von Haltern kampiert und wurde dann von der Polizei überprüft. Und nachdem einige Punkte gepasst haben auf diese Person, wurde er von der Polizei mitgenommen und wurde dann vernommen. Und im Zuge der wirklich über mehrere Stunden gehenden Vernehmungen hat er dann letztendlich diesen Mord eingestanden gestanden und hat dann auch die Hinweise auf die Taten in Stuttgart gegeben, die dann ebenfalls geklärt bzw. gelöst werden konnten. Mehrere sexuelle Übergriffe, der Mord in Haltern und die Ermittlungen ergeben noch mehr. Nur drei Wochen vor dem Verbrechen an der jungen Studentin hatte der Täter schon einmal zugeschlagen. Er missbrauchte eine 29-Jährige, stach auf sie ein, schleppte die Bewusstlose in einen Tunnel, er hielt sie für tot. Doch sie überlebte, schwer verletzt. Bei der Festnahme stellte sich heraus, er hatte als junger Mann schon einmal gesessen in der damaligen DDR, wegen Mordes an einer 18-Jährigen, die er im Wald abstach. Wer ist dieser Kriminelle, der so vielen Frauen und Familien quer durch die Republik Leid und Schmerz zufügte? Forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eitelborn. Hier leben etliche Straftäter, viele unter ihnen Gewaltverbrecher, Kinderschänder, Mörder. Nicht alle Schwerverbrecher kommen in den normalen Knast, in die Justizvollzugsanstalt, wie Gefängnisse im Bürokraten Deutsch heißen. Wer laut Strafurteil für seine Taten nicht verantwortlich, nicht voll schuldfähig ist, kommt in eine Einrichtung wie diese, weggesperrt zum Schutz der Gesellschaft. In die forensische Psychiatrie kommen Menschen, die aufgrund schwerer psychischer Krankheiten, wie zum Beispiel schizophrene Psychosen, oder aufgrund sehr schwerer Persönlichkeitsstörungen oder sexueller Abweichungen, schwere Gewaltstraftaten begangen haben. Und von denen man annehmen muss, dass sie aufgrund der bestehenden psychischen Störungen weiterhin einschlägig gefährlich sind. Hier in der Psychiatrie ist Klaus Essweck gesperrt. Das ist der Mann, der UTA M. in Haltern umbrachte. Zwei Morde und ein Mordversuch gehen auf das Konto des jetzt 52-Jährigen. Und immer wieder sexuelle Attacken. Seit seinem 16. Lebensjahr war er insgesamt nur drei Jahre auf freiem Fuß. Den Rest hat er hinter Gittern verbracht. Hier lebt er in einer Wohngruppe. Sicher abgeschirmt vor der Allgemeinheit. Mein Problem sind meine Fantasien. Ja, Vergewaltigungsfantasien und Macht über Frauen haben und so, Mord. Ich wollte einfach die Fantasie, die ich mir angeeignet habe, weil ich habe es nicht anders kennengelernt. So meine Freundin haben oder so, gab es zu Hause nicht. Das kannst du mit 21 so, wenn du erwachsen bist. Ich habe nur so eine Fantasiewelt aufgebaut, dass es, da kann man aber dann auch, ja, kein Empfinden mehr so eiskalt sein. Mitleid mit seinen Opfern? Das Gefühl kenne er nicht. So seine eigene Aussage. Gar nichts ging ihm, geht ihm vor. Weil sie haben nur das Ziel vor Augen. Dann interessiert dich, was vor ihnen liegt. Was Serienkiller wie Klaus S. treibt, was ihnen gemeinsam ist, kaum einer hat sich damit so auseinandergesetzt wie Stefan Harbord. Auch mit Klaus S. hat er ausführlich gesprochen. Er hat ihn analysiert, so wie viele andere Serienmörder auch. Bei Serienmördern gibt es eine ganze Reihe von Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen, die in vielen Fällen festzustellen sind, zwischen 16 und 36 Jahre alt, ledig oder geschieden. Es sind Menschen, die eine geringe Schulbildung haben. Im Grunde genommen sind es Loser, die es nicht gelernt haben, sich im Leben zu behaupten. Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Vermutlich hat kein Fall, kein Krimi unsere Vorstellung von Serienmördern so geprägt wie der Thriller um Hannibal Lecter, den Kannibalen. Hochgebildet, ein wohlhabender Intellektueller, also absolut kein Loser. Aber das ist amerikanische Fiktion. Das hat nichts mit der deutschen Serienmörder-Realität zu tun, so wie sie Stefan Harbord kennengelernt hat. Jede Nadel auf der Karte steht für einen dieser Serienmorde. Rund 700 Opfer gab es in den vergangenen 50 Jahren. Doch nicht immer ist es leicht, die einzelnen Morde nur einem Täter zuzuordnen. Bei Serienmorden kommt es leider immer wieder vor, dass solche Taten als Serie nicht erkannt werden. Das hat in den meisten Fällen damit zu tun, dass sich die Täter als lernfähig erweisen. Insbesondere nach der ersten Tat wird überlegt, was hat geklappt, was war nicht so gut. Und dann wird von Tat zu Tat eben die Vorgehensweise verfeinert, um schneller und besser zum Erfolg zu kommen. Das wiederum hat zur Folge, dass ganz unterschiedliche Tatbilder entstehen, die dann auch erfahrene Kriminalisten zu dem Schluss verführen. Mensch, das ist nicht einer, sondern das müssen mehrere sein. Justizvollzugsanstalt Zelle. Wir sind zum Interview verabredet. Mit einem der gefährlichsten Mörder der Nachkriegszeit. Die Eingangskontrollen sind dementsprechend. Der Mann, den wir hier aufsuchen wollen, hat sieben Menschenleben ausgelöscht. Dazu kommen rund 30 weitere Straftaten. Einbruchdiebstähle, schwere Raubtaten, etliche Vergewaltigungen. Die Rede ist von Thomas Ruhm. Das Urteil 1996, lebenslänglich, mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das sind ja nun mal gruselige Taten. Aber wenn ich jetzt sage, also, ja, wenn wir das Tier sehen, Tiere verhalten sich ja im Grunde genommen auch anders. Also das ist ja schon irgendwie auch was, das ist wieder, natürlich ist es eine menschliche Abartigkeit. Aber ich denke mal, das Hund hier, das trifft eigentlich schon den richtigen Namen. Sechs Frauen hat Thomas Rung innerhalb von zwölf Jahren umgebracht. Opfer höchst unterschiedlichen Alters. Mal ging es um Sex, mal ums Geld. Doch auch ein Mann wurde zu seinem Opfer. Ein Familienangehöriger. Ihn ertränkte er in der Badewanne. Thomas R. ist ein Sonderfall bei den Serienmördern. Gewöhnlich bleiben sie einem bestimmten Motiv, einem bestimmten motivationalen Hintergrund treu. Bei Thomas R. war das ganz anders. Er hat aus unterschiedlichen Motiven herausgemordet. Einmal ging es darum, sich zu bereichern. Andererseits musste er eine Vergewaltigung verdecken. Und dann gab es auch noch den Fall, wo er mit seinem Onkel in Konflikt geriet und ihn dann getötet hat. Also ganz unterschiedliche Motive, die sich dann aber in einer konkreten Situation aktualisiert haben. Also er hat mir auch mal gesagt, also mir war das scheißegal, ob die draufgehen. Ich war mir wichtig und sonst hat mich nichts mehr interessiert. Seit 18 Jahren sitzt Thomas Rung hinter diesen Gittern. Über seine Verbrechen will er heute nicht mehr sprechen. Der damalige Mordkommissar Peter Böhm erinnert sich noch gut. Er hatte Rung nach seinem letzten Mord über Wochen verhört. Er kennt jede der grausamen Taten im Detail. So auch den Mord an der 22-jährigen Pfarrerstochter, die Rung damals in unmittelbarer Nähe des örtlichen Spielplatzes in Berlin überfiel. Sie ruft natürlich um Hilfe. Er hat Angst, dass jemand aus dem Fenster kommt. Verbringt sie in einer Hausnische, wo er nicht gesehen werden kann. Dann bringt er sie rüber in diesen Würgegriff auf den Spielplatz. Er kleidet sie, vergewaltigt sie und sagt ihr dann, ich werde dich töten und tötet sie. Meint er, aber sie lebt noch. Er wirkt und sie lebt dann auch. Also steht er auf, holt aus und tritt ihr mehrmals mit dem Hacken gegen den Kopf, bis sie tot ist. Und bei dieser jungen Frau gibt es keine Zeugen und keine Beweise. Denn nach dieser Tat an der jungen Frau hat er sich gestrubben genommen und hat alle Spuren, Fußspuren im Sand weggewischt. Erst die Lust befriedigen, dann nach dem Mord bloß keine Spuren hinterlassen. So geht Thomas Rung immer vor. Seine Taten konnten die Ermittler deshalb nicht in einen Zusammenhang bringen. Rung hatte es zunächst auf fremde Frauen abgesehen, ermordete später aber auch eine Bekannte, steckte zur Spurenbeseitigung deren Wohnung in Brand. Rung ist jemand, der quer durchs Gesetzbuch arbeitet. Er begeht Diebstähle, Einbrüche, Raubkarten, Verwaltungen, Tötungsdelikte. Und dann darauf zu kommen, dass der, der eben gerade noch einen Einbruch begangen hat und dann raubt, ein Taxifahrer überfällt, Handtaschen raubt, wieder mal einen Einbruch maht, wieder mal raucht, eine versuchte Vergewaltigung dafür in Gefängnis ist, dass der plötzlich die Serie hat und zu der Serie auch noch sieben Tötungsdelikte gehört. Den hat überhaupt keiner gesehen. Hinzu kam, Rungsmordserie wurde unterbrochen, weil er aus dem Verkehr gezogen war. Fünf Jahre Knast. Allerdings nur wegen seiner Vergewaltigungen und Raubtaten. Danach fing er gleich wieder an. Bei seiner letzten Tat, dem Mord an der Bekannten, wurde er beim Verlassen des Hauses beobachtet. Als Peter Böhm ihn deswegen verhörte, gestand er. Ja, weil ich also aufräumen wollte. Also ich wollte unter meinem Leben, wollte ich einen Schlussstrich ziehen. Also ich hätte mich ja wieder aus der Verantwortung stehlen können. Also so wie ich das mitbekommen habe, wäre mir lediglich ein Totschlag vorzuwerfen gewesen. Ich wäre nicht mal also zu einer Mordanklage gekommen. Da hätte ich mich also nach 15 Jahren da aus dem Vollzug wieder verabschieden. Also ich wäre heute schon wieder draußen, wenn ich das nicht gesagt hätte. Aber ich wollte nicht mehr. Ganz so einsichtig, wie er sich jetzt gibt, war er damals dann doch nicht. Sein Geständnis knüpfte er an eine Bedingung. Die Bedingung nämlich, seine Mordgeschichten in der Presse vermarkten zu dürfen. Er verhökerte seine Story gegen gutes Geld an den Stern und packte umfassend aus. Das wurde abgewickelt über seine Rechtsanwalt, mit Genehmigung natürlich der Polizeiführung und der Presse. Und soweit ich weiß, hat er seine Geständnisse für 50.000 D-Mark verkauft. Seine Bekenntnisse wurden auch in Buchform vermarktet. Selbst wenn er sich da als Untier bezeichnet, bei den Gutachtern galt er immer als psychisch gesund, als strafrechtlich vollverantwortlich. Deshalb sitzt er im geschlossenen Strafvollzug. Ob ein Täter schuldfähig ist oder nicht, müssen die Richter entscheiden. Mithilfe von Psychiatern, die beurteilen, ob ein Täter krank oder kriminell ist. Für die Juristen die entscheidende Frage, konnte der Täter sich steuern oder handelte er zwanghaft, ohne ablassen zu können? Zum Beispiel jemand, der sich ein Opfer einbestellt, der dann aber sich einen Tatplan zurechtgelegt hat, der möglicherweise die Fenster vorher präpariert hat, dass man da nicht raus kann oder wie auch immer. Das sind vorbereitende Handlungen, das sind geplante Handlungen, die auf ein hohes Maß an Steuerungsfähigkeit hinweisen. Und da kann man im Regelfall nicht von erheblich verminderter Schuldfähigkeit ausgehen. In seinen Vernehmungsprotokollen gab Rung an, dass er viele seiner Verbrechen geplant hatte, dass er das Morden in sein konkretes Vorhaben mit einbezog, seine Opfer oft beobachtete und dann beschloss, sie zu töten. Am 24. Dezember, heiligabend, geht eine fleißige Frau morgens um fünf zur Arbeit. Ist um vier aufgestanden, hat sich fertig gemacht und geht um fünf zur Arbeit. Rung ist auf Verwaltungstour unterwegs. Er verfolgt die Frau, er erreicht sie, er nimmt sie in den Würgegriff, bringt sie zu Boden und verarbeitet sie. Und dann wirkt er sie bis zur Bewusstlosigkeit. Und dann nimmt er die Frau an den Beinen, schleift den Körper runter zum Kanal und hält sie mit dem Kopf ins Wasser, bis er meint, dass sie ertrunken ist. Und als er dieser Meinung ist, lässt er los und lässt den Körper ins Wasser fallen. Für seine Taten bekam Rung lebenslang. Doch lebenslang bedeutet hierzulande nicht notwendigerweise bis zum Tode. Je nach Einzelfall prüfen die deutschen Gerichte, ob der Täter nach Ablauf von mindestens 15 Jahren wieder auf freien Fuß darf. Matthias Jahn ist Strafrechtsprofessor und Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main. Er erklärt, dass der Staat zumindest versuchen muss, solche Täter wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor 30 Jahren ausgesprochen, dass aufgrund der Würde des Menschen jeder Straftäter und damit auch einen Serienmörder die Möglichkeit bekommen muss, wieder in Freiheit sein Leben führen zu können. Im Schnitt sitzen Mörder bei uns 21 Jahre hinter Gittern. Gelten sie nach Verbüßung ihrer eigentlichen Strafe immer noch als gemeingefährlich, dann kommen sie in die Sicherungsverwahrung, ein separater Gefängnisbereich. Der Täter bleibt so lange in der Sicherungsverwahrung, solange er noch gefährlich ist. Und wenn die Gutachter uns sagen, dass die Gefährlichkeit und der Hang zu besonders schweren hochkriminellen Straftaten besteht, dann ist eine Entlassung in Freiheit nicht möglich. Das heißt also in der Konsequenz, Sicherungsverwahrung bis zum Tod des Verurteilten. Thomas Rung arbeitet mittlerweile im Gefängnis als Polsterer. Theoretisch besteht auch für ihn die Möglichkeit, irgendwann wieder rauszukommen. Bei seiner Gefährlichkeitsprognose ist das aber wohl eher blasse Theorie. Das weiß er auch selbst. Also für mich wird es in der Gesellschaft keinen Platz mehr geben. Mein Kapitel wird sich im Strafvollzug zuschlagen. Seit Jahren forschen Wissenschaftler, wollen Erkenntnisse über die Ursachen. Was treibt Menschen wie Thomas Rung und Klaus S. zum Morden? Ist es eine Art Teufelsgen, eine angeborene Veranlagung? Prof. Nils Bierbaumer von der Universität Tübingen ist Neurobiologe und Psychotherapeut. Mithilfe des Kernspintomografen hat ihr Gehirne extremer Gewalttäter untersucht, auch die von Serienmördern. Sein Augenmerk richtet sich vor allem auf Hirnteile, die Emotionen wie Angst und Mitgefühl wecken. Diese Hirnteile, die sind auch in der Anatomie, also in ihrem Aussehen und in ihrer Größe verändert. Das Volumen ist kleiner, das heißt, wenn man sie ausmisst, sieht man, dass diese Teile die Furcht im Gehirn erzeugen, dass diese Teile auch kleiner sind. Die Ursache dafür kann die Umgebung sein oder natürlich auch eine angeborene Veränderung. Doch nicht nur die Anatomie des Gehirns scheint Auffälligkeiten aufzuweisen. Nils Bierbaumer hat auch die Funktionsweise des Gehirns unter einem Kernspintomografen untersucht. Während der Aufnahmen hat er den Gewalttätern Bilder gezeigt, die positive Gefühle auslösen oder aber Angst und Furcht. Das sehen Sie mit freiem Auge. Hier, das ist ein gesundes Gehirn und das ist das Gehirn von einem Mehrfachmörder, einem schweren Soziopathen, Psychopathen. Und dann sehen Sie hier diese gelben Punkte, die zeigen an, dass im Furchtsystem aktiv ist. In der Situation mussten die vorhersagen, da kam ein unangenehmer Reiz. Und Sie sehen hier in dem Gehirn dieses Psychopathen, sehen Sie überhaupt keine Aktivierung. Das ist vollkommen still. Diese Angst, die von hier ausgeht, ist die Gefühlsangst. Das ist nicht die Fähigkeit, etwas vorherzusehen, dass das wirklich eintritt. Das können die perfekt. Aber das Gefühl, das dabei auftritt, das wird von hier gesteuert und das geht verloren. Sind es also Veränderungen bestimmter Gehirnareale, die manche Menschen zu Gewalttätern programmieren? Liegt hier die Erklärung für das Phänomen Serienmörder? Vorerst kann man gar keine Schlüsse daraus ziehen aus den Hirnveränderungen, weil es wird genauso viel. Es gibt genauso viele gesunde Menschen, die diese Gehirnveränderungen haben und nicht Schwerverbrecher werden. Und ob jemand ein Schwerverbrecher wird oder nicht, hängt von vielen, vielen, vielen Faktoren ab. Und mit dem selben Gehirn können Sie ein erfolgreicher, durchsetzungsfreudiger, Risikobereiter, Sportler, Manager, Professor, was auch immer werden. Also es entscheidet die soziale Umgebung und das Milieu, in dem man aufwächst darüber, was aus diesem Gehirn dann wird. Und nicht das Gehirn entscheidet, was passiert. Die Frage nach dem Warum, sie lässt sich so klar also nicht beantworten. Eine Melange offenbar anatomischer, aber auch sozialer Faktoren. Dass die Täter selbst gerne zu sozialen Erklärungen greifen und die schwere Kindheit betonen, das ist immer wieder zu beobachten. Wenn ich einen anderen Wertegang gehabt habe, dann wird es vielleicht dichter, vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist eine andere Familie oder eine andere Schule, das kann, es könnte anders gelaufen sein, aber ich weiß es nicht. Klaus S. beschreibt seine Kindheit als kalbt, die Eltern ohne Interesse am eigenen Sohn. Damals sei er oft untergetaucht. Schon als Neunjähriger ist er von zu Hause ausgerissen. Gesucht habe ihn niemand. Ja, was so schlimm war, wenn ich von zu Hause abgehauen bin, hat die nicht gekümmert. Manche Familien, wenn ich das heute so im Fernsehen sehe, wenn Kinder verschwinden und so, die wären ja fast wahnsinnig. Das war bei uns aber nicht so. Ich bin irgendwie nicht vermisst worden. Die sind noch nicht zur Polizei gerannt. Ich musste eigentlich, da habe ich auch so ausgetestet. Ich bin einfach von zu Hause ab, oben auf dem Dachboden, habe ich mich da verkrochen. Wenn die aus dem Haus waren, bin ich rein in die Wohnung, habe gegessen und alles. Muss ich wieder weg, war ich wieder, hatte ich nicht interessiert. Als Ersatz für die fehlende Zuwendung in der Familie, als Freund, wünscht sich Klaus S. zu dieser Zeit nicht sehnlicher als einen Wegbegleiter, einen kleinen Hund. Ein Hund Kumpel, die hatten so einen Jagdfuchs da, der hat Junge gehabt. Und da habe ich einen, so einen kleinen Welpen, wo er von der Mutter weg konnte, da habe ich einfach mit nach Hause genommen. Ja, und dann ist er entdeckt worden und dann musste der Hund in den Weg und der Vater hat ihn tot gemacht und dann auf den Mist geschmissen. Ja, traurig und brass hatte ich. Schläge und Misshandlungen waren an der Tagesordnung. Zum Schluss hat er selbst nichts mehr gefühlt, keinen Schmerz empfunden. Irgendwann hat er in die Brügel nichts mehr ausgemacht, so. Ich habe das ja auch nicht mehr gemerkt. Man hat, der Vater zieht einen Gürtel raus, weil man wieder Mist gemacht hat. Und da habe ich mich hingelegt. Mach doch. Ich habe es erlebt, als wenn es muss sein. Das ist Erziehung. Durch Schilderungen dieser Art sehen sich Psychotherapeuten wie Dr. Christian Lütke bestätigt. Kindliche Traumatisierungen fänden sich bei solchen extremen Gewalttätern fast immer. Daran sei oft die radikale Entgleisung ins Kriminelle festzumachen. Kein Mensch wird als Serienmörder geboren, sondern sie werden in einem längeren Prozess dazu gemacht. Es kommt häufig zu ganz gestörten Beziehungen innerhalb der Ursprungsfamilie. Oft sind es Menschen, die in der Familie nie als Person wahrgenommen worden sind. Sie haben sich nie geliebt gefühlt. Sie wurden darüber hinaus sehr häufig gedemütigt, gekränkt, verletzt, teilweise auch selbst missbraucht. Und sie kommen in eine Rolle, wo sie sich absolut hilflos und ohnmächtig fühlen. Und diese Ohnmacht, die verwandeln sie dann durch die Gewaltausübung in ein kurzzeitiges Erleben von Allmacht. Das heißt also, die Tat gibt ihnen dann das Gefühl, Machtkontrolle zu haben und im schlimmsten Fall sind sie dann her über Leben und Tod. Täter, die als Kinder früher selbst häufig Opfer häuslicher Gewalt wurden. Ist das der plausibelste Erklärungsansatz für die wiederholten Gewaltexzesse der Serienmörder? Doch nicht jeder Mensch hat solche stabilisierenden Faktoren. Fehlen diese, scheinen die Mörder ihre grauenhaften Taten sogar noch nicht einmal negativ zu sehen. Im Gegenteil. Ich habe auch mit Tätern gesprochen, die regelrecht stolz auf ihre Taten waren. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein dreifacher Raubmörder, der berichtete mir, Mensch, das, was ich da gemacht habe, das war super cool, das war super toll. In den ersten drei Tagen danach habe ich mich total riesig, groß, stark und mächtig gefühlt. Und ich habe nur noch in Opfer- und Nicht-Opfer-Kategorien unterschieden. Das heißt, ich habe bestimmt, du bist jetzt fällig und du nicht. Und das war für mich einfach super. Und genauso empfinde ich das heute auch noch. Aussagen, die auch Klaus S. bestätigt. Damals, als er das erste Mal im Knast saß, wegen kleinerer Delikte, damals las er Urteile von Mithäftlingen, von Mördern. Da wollte er genauso stark sein. Man hat auch Urteile gelesen. Und dann hat man gefachsendet. Warum hast du das nicht so gemacht und so gemacht und so gemacht? Und irgendwann habe ich mir dann meine Fantasiewelt abgebaut. Serientäter, die eine psychische Störung haben, funktionieren nicht wie normal gesunde Menschen. Und das kann sein, dass sie dann auch durch den Kontakt zu anderen Gefangenen möglicherweise erst mal auf die Idee kommen, andere Taten zu begehen oder sie zu übertreffen. Man spricht von einer sogenannten Folie adieu, einer Beklopptheit zu zweit. Das heißt also, einer hat eine psychische Störung, auch ein Täter. Und der infiziert dann einen anderen Täter noch dermaßen, dass er versucht, diese Tat im Grunde genommen zu überflügeln, sie noch besser, in Anführungsstrichen, zu machen oder noch brutaler auszuüben. Vom Kleinkriminellen zum Serienmörder. Angeturnt durch Gewalttaten anderer, die einem selbst stark und mächtig erscheinen. Kann es sein, dass dieser Thrill durch die Medien genährt wird? Schon das normale Kinopublikum ist fasziniert von abartigen Irren wie Hannibal Lecter, dem Kannibalen in Das Schweigen der Lämmer. Und über Jack the Ripper, den grausamsten Serienmörder des 19. Jahrhunderts, werden bis heute Spielfilme gedreht. Haben derartige Gewaltdarstellungen in den Medien Auswirkungen auf potenzielle Tätertypen? Stefan Harbord hat in seinen Gesprächen mit Serienmördern erfahren, dass sie bei ihren Taten oft durch Horrorbücher inspiriert waren oder aber durch Filme, bei denen brutale Mordszenen zu sehen waren. Nur darf man dabei eben nicht übersehen, dass die Täter eben hochpathologische Täter waren und dass es vorher, also vor der Konfrontation mit dem Medium, eine langjährige Fehlentwicklung gab und dass das Medium dann eben nur die Tat als solche inspiriert hat, aber eben nicht als Ursache dafür gewertet werden darf. Und wie gefährlich sind die sogenannten Ego-Shooter? Populäre Computerspiele, bei denen es nur um eines geht, abknallen, töten und zerstören. Steigert das bei gefährdeten Akteuren die Aggressivität? Bei diesen gesamten Medien wie zum Beispiel Counter-Striker, Ego-Shooter, also Gewaltspiele, ist es so wie bei dem Alkohol. Alkohol macht von sich aus nicht aggressiv, er holt nur das aus einem Menschen heraus, was vorher schon drin gewesen ist. Und genauso wirken auch diese Spiele. Diese Gewaltspiele, Gewaltvideos, die können einfach dazu führen, dass diese Gewaltfantasien, die vorher schon in einem Menschen drin gewesen sind, einfach nur verstärkt werden oder hervorgeholt werden. Aber niemand wird zum Mörder oder zum Serienmörder, nur weil er irgendwelche Gewaltvideos sieht oder möglicherweise diese Gewaltcomputerspiele spielt. Klaus S. ist häufig aus anderen Gründen losgezogen. Ärger mit den Ämtern oder Frust mit den Vermietern waren die Auslöser. Dann wollte er wieder beweisen, wozu er fähig ist. Dabei ging er immer brutaler vor. Ich bin von Tat zu Tat aggressiver geworden, weil ich mit meinem Leben nicht zufrieden war. Und ja, das hat sich gesteigert. Abstände haben sich verringert. Ich habe dann bei der Verhaftung mitgekriegt, der hat neunmal zugestochen. Weil ich habe es nicht mitgekriegt. Das ist wie Warenfurcht. Nur noch das eine Ziel, schnell weg und dann abhauen. Und dann brennt es alles einmal aus. Ich weiß nicht, haben sie zugedrückt oder haben sie gestochen? Oder das war wie Breakout dann. Nach der Tat verscharrte er die Opfer im Wald, legte sie unter Gehölz oder deckte sie mit Blättern zu. Ein Verhalten, das Experten kennen. Undoing nennen sie das im Fachjargon. So tun, als ob nichts gewesen wäre. Der Täter versucht damit, die Tötung ungeschehen zu machen. Das Nachtatverhalten ist ausschließlich auf den Täter selbst gerichtet. Es geht dem Täter nicht darum, hier Spuren zu verwischen oder das Opfer zu verstecken. Dadurch, dass er das Opfer verändert, vielleicht zudeckt, vielleicht umdreht, ist es eine emotionale Gutmachung ausschließlich für den Täter. Das heißt also, der Täter beruhigt sein eigenes Gewissen und ergibt sich im Grunde genommen noch das Recht, dass es gut war, dass er das getan hat, auch wenn es paradox klingt. Sind derartig schwere Gewaltverbrecher therapierbar? Nur in Ausnahmefällen, meinen Experten. Thomas Rung und Klaus S. sagen selbst über sich, dass sie keine Empathie, kein Mitleid für andere kennen. Die fehlerhafte Funktionsweise des Gehirns lässt sich laut Nils Bierbaumer jedoch durch Training oft wieder rückgängig machen. Trotzdem, es bleibt ein extremes Risiko. Es ist im Moment schwierig, wer von dieser Gruppe rückfällig wird oder nicht. Das können wir im Moment nicht vorhersagen, weil wir können ja nicht einfach zur Probe einmal alle freilassen. Und das sehen, das gäbe eben sehr viele Opfer. Also können wir im Moment noch nicht sagen, ob diese Maßnahmen wirklich dauerhaft die Rückfahrrisiko reduzieren. Und vor allem müssen Sie denken, ein einziger Rückfahrer kann einen Toten bedeuten. Claudia Pfeiffer hatte jahrelang Angst, dass der Täter, der sie fast zu Tode wirkte, wieder auf freien Fuß kommen könnte. 25 Jahre ist es her, dass sie einem der brutalsten Serienmörder Deutschlands in die Hände gefallen ist. Dem Lkw-Fahrer Volker E. Ein Psychopath. Seine Perversion, Haare von toten Frauen, um sich damit sexuell zu stimulieren. Als Claudia Pfeiffer auf ihn traf, war sie gerade erst 16. Es war eine Augustnacht 1987. Nach einem Stück habe ich dann gemerkt, dass jemand hinter mir war. Ich habe mich umgedreht, habe dann auch gemerkt, wenn ich schneller gelaufen bin, ist er schneller gelaufen. Und hatte dann schon Panik und Angst. Und an der nächsten Ecke hat er mich geschubbt. Und ich lag dann. Und seine Hände waren sofort an meinem Hals und hat zugedrückt, auf meinen Körper gedrückt. Ich konnte mich eigentlich nicht wehren. Ich habe dann versucht, mich totzustellen. In der Hoffnung, dass er von mir ablässt. Das hat dann leider nicht so ganz funktioniert. Irgendwann bin ich dann bewusstlos geworden. Ich bin dann wieder zu mir gekommen und habe gemerkt, dass eine Person neben mir war. Ich habe dann überlegt, die Person müsste mir ja eigentlich helfen. Ich tat die Person aber nicht. Sie ist dann weitergelaufen. Ich habe mich hochgerappelt. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass es der Täter war, der da noch neben mir war. Der Mann wurde gefasst, wegen versuchten Mordes verurteilt. Was Claudia Pfeiffer damals nicht wusste, sie war eine der zwei Opfer, die die Attacken des Volker E. überlebten. Und es gab viele Opfer. Volker E. hat schon als Kind und Jugendlicher bizarre Gewalt- und Tötungsfantasien entwickelt. Das Wirken und Drosseln war dabei ein zentraler Punkt. Ihm hat es also eine besondere Freude bereitet, den Todeskampf der Opfer zu beobachten. Also den Hals zudrücken, schauen, wie sich die Augen erweitern, wie das Opfer nach Luft ringt. Diesen Todeskampf tatsächlich dann auch bis zum Ende beobachten zu können, dabei auch Fotos zu machen, das Ganze als Film aufzunehmen. Das sind Dinge, die ihn angetrieben haben. Rund sechs Jahre nach seiner Verurteilung, wegen des Mordversuches an Claudia Pfeiffer, wird Volker E. frühzeitig entlassen. Doch kaum auf freiem Fuß begeht er sechs weitere Morde. Als Brumifahrer ist er quer durch Europa unterwegs. Lockt Prostituierte in seinen LKW, überredet sie zum Fesselsex. Die wehrlosen Opfer tötet er, schneidet ihre Haare ab, nimmt sie als Trophäe mit nach Hause. Es kommt immer wieder vor, dass Serienmörder Trophäen mitnehmen, Haare abschneiden, Kleidungsstücke einstecken, vielleicht das Portemonnaie, weil er ein Foto des Opfers ist. Das sind Dinge, die dann später in entsprechende ritualisierte Masturbationsszenarien eingebaut werden, weil es den Tätern dadurch gelingt, diese Tat nochmal ganz nah an sich heranzuholen. Die Fantasie als solche ist sicherlich auch ein geeignetes Mittel, aber dann so einen Gegenstand vor sich liegen zu haben oder ihn mal anzufassen, das gibt dann noch den besonderen Kick. Als im 2007 der Prozess wegen sämtlicher Morde gemacht wird, setzt er seinem Leben selbst ein Ende. An Stofffetzen erhängt er sich in seiner Haftzelle. Als ich erfahren hatte, dass er sich erhängt hat, habe ich im ersten Moment gedacht, er ist ein Feigling, entzieht sich der Konsequenz für die ganzen anderen Morde im Ausland. Aber jetzt im Nachhinein mit Abstand, sage ich, es war besser so, was er gemacht hat. Er wird selber gewusst haben, dass ihm keiner helfen kann und dass er ständig weiter morden wird. Und für die Menschheit ist es halt auch besser, weil er kann keinen Schaden mehr anrichten. Warum Volker E. damals gerade Claudia Pfeiffer ausgewählt hat, für sie wird es dazu keine Klarheit geben. Experten wissen, dass die Opferauswahl meist beliebig ist. Sie legen sich dann fest auf eine bestimmte Opfergruppe, ob es eine Frau ist, ein Kind, ein Junge. Diese Opfer werden dann allerdings wahllos gesucht. Diese Serienmörder, die streifen dann oft durch die Gegend und warten dann regelrecht auf ein geeignetes Opfer. Und wenn dieses Opfer dann in ihrer Nähe ist, dann setzen sie quasi diesen kranken Tatplan in die Realität um. Auch für Klaus S. war der richtige Moment wichtiger als das Opfer. Auf welche Frau er traf, war ihm egal. Zufall. Ich hatte für mich gerade keine Kinder so, also mussten schon Erwachsene sein. Und dann einfach nur Zufall. Ich wusste, da ist ein Waldgebiet, da laufen auch viele durch, weil da ist eine Uni. Und dann halte ich mich da in den Augen und gucke, was sich ergeben. Laut Stefan Harbert kommen auf einen durchgeführten Mord durchschnittlich 31 Anbahnungsversuche. Eine Zahl, die nicht in die Kriminalstatistik eingeht, denn die möglichen Opfer bekommen von der Gefahr meist gar nichts mit. Bevor ein Serienmörder tatsächlich zur Tat schreitet, vergehen in der Regel viele Versuche, sich einem Opfer zu nähern. Das scheitert häufig, weil meinetwegen der berühmte Mann mit Hut und Dackel um die Ecke kommt und der Täter sich sagt, nee, das ist mir zu gefährlich. Oder aber das Opfer erscheint ihm zu kräftig gebaut und der Täter überlegt, nee, wenn ich das jetzt mache, dann könnte ich unterliegen. Das ist mir zu riskant. Das heißt, auch der Serienmörder braucht viele Anläufe, bis es dann tatsächlich mal zu einer Tat kommen kann. 16 Prozent aller Opfer überleben den Angriff eines Serienmörders. Ob gegen wer hilfreich ist, hängt von der Psyche des einzelnen Täters ab. Der eine lässt sich dadurch abschrecken, andere fühlen sich durch Widerstand geradezu aufgefordert. Mit ein bisschen Gegenwehr rechnet man immer, aber wenn dann eine Gegenwehr kommt, die man gar nicht kennt, so. Wenn die kreischen, kratzen und weißen und damit habe ich ja nicht gerechnet, wenn ich so ein Messer bei mir habe. Wenn die das sehen, dann haben die eigentlich Schiss. Ja, das hat mich dann natürlich noch aggressiver gemacht, so wenn die Gegenwehr kam. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiß doch, weg. Hätten seine Opfer eine Chance gehabt, ihm zu entkommen, hätten sie etwas anders machen können, um nicht von ihm überfallen zu werden. Gar nicht alleine durch den Wald und abends schon gar nicht. Aber so, was sollen sie machen? Ob Claudia Pfeiffer letztlich nur überlebte, weil sie sich totstellte, kann sie ihren Tätern nicht mehr fragen. Sichere Überlebensstrategien kennen selbst Experten nicht, denn... ...nicht bei hat er. Und dann hat nur noch, nee, die muss weg. Menschen nehmen, scheißegal. Taten von unvorstellbarer Grausamkeit. Die Opfer meist ohne Chance, den perversen Verbrechern zu entkommen. Bruchteilen von Sekunden dachte ich, jetzt stell dich tot. Vielleicht hast du damit eine Chance, die ganze Sache zu überleben. Profiler erhoffen sich Antworten auf das Warum. Sie versuchen, in die Seelen der Serienmörder zu blicken, bemühen sich zu begreifen, was sich hinter deren Fassade verbirgt. So etwas wie eine teuflische Maske war jeden Mitgefühls, einfach nur zynisch, menschenverachtend. Da hat sich tatsächlich ein Abgrund aufgetan und ich hatte das Gefühl, das ist das Böse. Sind solche Menschen therapierbar, die andere auf diese Weise hinrichten? Werden sie jemals wieder fähig sein, unter uns zu leben? Ohne Risiko? Es ist eine sehr naive Vorstellung, wenn man glaubt, dass Serienmörder therapierbar sind. Sie sind in aller Regel nicht zu behandeln. Wenn ein Mensch bewusst und willentlich das Leben oder mehrere Leben eines Menschen entnommen hat, dann hat er das Recht verwirkt, jemals wieder an diesem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Stuttgart, November 1991. Die junge Studentin Susanne W. ist auf dem Weg von der Universität nach Hause. Sie nimmt ihre gewohnte Route am Wald entlang, als es passiert. Noch nie hat sie diesen Mann gesehen, der sie da unerbittlich attackiert zu Boden reißt, der versucht, sie zu vergewaltigen. Er wirkt sie mit beiden Händen, verletzt sie mit dem Messer. Doch die junge Frau kann sich befreien, entkommt ihrem Angreifer. Was sie damals nicht weiß, der Mann ist ein Sexsadist. Die grausame Tat, sie war nur der Anfang seiner Serie im Stuttgarter Raum. Wir hatten innerhalb von knapp zwei Jahren drei versuchte Vergewaltigungen in einem bestimmten Stadtteil von Stuttgart, in einem Waldgebiet. Es war immer dasselbe Waldgebiet, es war am Rande von einem Industriegebiet. Es war immer das gleiche Vorgehen. Es ging immer gegen Frauen, egal wie alt die Frauen waren. Und es wurde immer brutal vorgegangen. Der Täter hat immer ein Messer eingesetzt. Die Frauen wurden verletzt, wurden immer im Gesicht verletzt, beziehungsweise am Hals verletzt. Und es wurde immer mit dem Tode gedroht. Haltern in Nordrhein-Westfalen. Der Täter hat sein Jagdrevier verlagert. Die Polizeibeamten wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es sich um den Mann aus Stuttgart handelt. Die Suche nach Uta M., die 24-jährige Studentin, ist seit fünf Tagen verschwunden. Mitten im Wald findet die Polizei ihr Fahrrad, ihren Rucksack und weitere persönliche Gegenstände. Man hat sie nach einigen Tagen verscharrt in einem Waldgebiet gefunden. Und bei der Obduktion hat sich dann eben auch herausgestellt, dass die Frau sexuell missbraucht wurde, dass sie mit einem Messer getötet wurde und auch gewürgt wurde. Schon Stunden zuvor hielt sich der Mörder am Tatort auf, suchte nach einem geeigneten Opfer, wartete auf den passenden Moment. Einer Zeugin war der Mann aufgefallen, wegen seiner markanten Tattoos. Der Mann hat ja mit zwei weiteren Männern auf einem Campingplatz in der Nähe von Haltern kampiert und wurde dann von der Polizei überprüft. Und nachdem einige Punkte gepasst haben auf diese Person, wurde er von der Polizei mitgenommen und wurde dann vernommen. Und im Zuge der wirklich über mehrere Stunden gehenden Vernehmungen hat er dann letztendlich diesen Mord eingestanden, gestanden und hat dann auch die Hinweise auf die Taten in Stuttgart gegeben, die dann ebenfalls geklärt bzw. gelöst werden konnten. Mehrere sexuelle Übergriffe, der Mord in Haltern und die Ermittlungen ergeben noch mehr. Nur drei Wochen vor dem Verbrechen an der jungen Studentin hatte der Täter schon einmal zugeschlagen. Er missbrauchte eine 29-Jährige, stach auf sie ein, schleppte die Bewusstlose in einen Tunnel, er hielt sie für tot, doch sie überlebte, schwer verletzt. Bei der Festnahme stellte sich heraus, er hatte als junger Mann schon einmal gesessen in der damaligen DDR wegen Mordes an einer 18-Jährigen, die er im Wald abstach. Wer ist dieser Kriminelle, der so vielen Frauen und Familien quer durch die Republik Leid und Schmerz zufügte? Forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eitelborn, hier leben etliche Straftäter, viele unter ihnen Gewaltverbrecher, Kinderschänder, Mörder. Nicht alle Schwerverbrecher kommen in den normalen Knast, in die Justizvollzugsanstalt, wie Gefängnisse im Bürokraten Deutsch heißen. Wer laut Strafurteil für seine Taten nicht verantwortlich, nicht voll schuldfähig ist, kommt in eine Einrichtung wie diese, weggesperrt zum Schutz der Gesellschaft. In die forensische Psychiatrie kommen Menschen, die aufgrund schwerer psychischer Krankheiten, wie zum Beispiel schizophrene Psychosen, oder aufgrund sehr schwerer Persönlichkeitsstörungen oder sexueller Abweichungen, schwere Gewaltstraftaten begangen haben und von denen man annehmen muss, dass sie aufgrund der bestehenden psychischen Störungen weiterhin einschlägig gefährlich sind. Hier in der Psychiatrie ist Klaus Essweck gesperrt. Das ist der Mann, der UTA M. in Haltern umbrachte. Zwei Morde und ein Mordversuch gehen auf das Konto des jetzt 52-Jährigen. Und immer wieder sexuelle Attacken. Seit seinem 16. Lebensjahr war er insgesamt nur drei Jahre auf freiem Fuß. Den Rest hat er hinter Gittern verbracht. Hier lebt er in einer Wohngruppe. Sicher abgeschirmt vor der Allgemeinheit. Mein Problem sind meine Fantasien. Ja, Vergewaltigungsfantasien und Macht über Frauen haben und so. Mord. Ich wollte einfach die Fantasie, die ich mir angeeignet habe, weil ich habe es nicht anders kennengelernt. So meine Freundin haben oder so, gab es zu Hause nicht. Das Ganze mit 21 so, wenn du erwachsen bist. Ich habe nur so eine Fantasiewelt aufgebaut, dass es, da kam aber dann auch, ja, kein Empfinden mehr so. Eiskalt sein. Mitleid mit seinen Opfern? Das Gefühl kenne er nicht. So seine eigene Aussage. Gar nichts geht ihm vor. Weil sie haben nur das Ziel vor Augen. Dann interessiert dich, was vor ihnen liegt. Das ist, ich sage, eiskalt so. Menschenleben, scheißegal. Was Serienkiller wie Klaus S. treibt, was ihnen gemeinsam ist, kaum einer hat sich damit so auseinandergesetzt wie Stefan Harbord. Auch mit Klaus S. hat er ausführlich gesprochen. Er hat ihn analysiert, so wie viele andere Serienmörder auch. Bei Serienmördern gibt es eine ganze Reihe von Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen, die in vielen Fällen festzustellen sind, zwischen 16 und 36 Jahre alt.